Herzlich Willkommen Freunde, wir sind wieder zu Super Mario 64 hier. Ja, das ist der Part 19 und hier ist mein verrücktes Sprungprojekt. Ich hoffe, das funktioniert. Yeah, es funktioniert. So, jetzt gehen wir weiter. Wow, geil, das funktioniert echt. Ich bin ohne Teppich hier hochgekommen. Wow, ist das geil. Das ist geil, das mache ich nachher nochmal. Und wow, diesmal darf ich hier nicht runterfallen. Oh, geh weg mit deinem komischen Fieder. Und ab in die Kanone. Oh, das ist geil, dass das funktioniert, das hätte ich nie für möglich gehalten. Puh, Schwein gehabt, echt. Also das war jetzt schon... Sprung! Boah, ich ignoriere ihn jetzt so, bevor der mich hier runterschmeißt. Hier seht ihr, der 79. Stern ist hier schon am... Willst du auch mitspielen? Nö, war... Hier, wie gut! Na doch, ich glaube, der wollte mitspielen, aber... Er hat nicht viel zu sagen. So, und jetzt werde ich es gleich nochmal probieren. Das war nämlich verdammt geil. Und das sah verdammt geil aus. Also, ich bin stolz, dass ich das probiert habe. Und etwas herausgefunden habe, was ich so zuvor noch nie woanders gesehen habe. Das ist echt Bombe. Und es geht gleich munter weiter, denn ich werde es nochmal probieren. Wenn es nicht klappt, dann schneide ich und werde die Regenbogen... ...teppichmethode benutzen und... Ja, wir kürzen wieder ein bisschen ab. Und klettern und... Komm Mario, kletter doch mal schneller! Und schwingen und springen und schwingen und springen. So, und jetzt werdet ihr da sehen, wie ich da überhaupt hinkomme. Ich glaube, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen beim Start. Ich stand da schon da. Weil ich das vorher schon einmal probiert habe. Und da bin ich bedauerlicherweise abgestürzt. Weil ich dachte noch, ich muss von dem rotierenden... ...riesenkreisel da... Wo ist denn der hin? Hä? Ich sehe den gar nicht. Hä? Weg Blindachter oben. Ja, ich dachte, man muss von den komischen Seitenstellen aus... ...auf die blauen Blöcke springen. Aber man kann gleich direkt von der Stange da hochspringen. Und das habe ich vorher gar nicht probiert. Und ich bin nur erstaunt, dass das mit einem Dreiersprung tatsächlich funktioniert. Mann, Mario... ...du lässt keine Möglichkeit, den Orfen zu springen. Das ist ziemlich megacool. Uh, das war knapp. Und Jump! Jump! Nein! Verdammt! Lande irgendwo! Okay. Ach. Das war ein Fehler. Ach, ich schneide ganz kurz, bis ich wieder oben bin. Bis gleich. Hallo, Freunde. Hier sind wir nicht wieder. Ich wollte euch mal die langatmigen und wirklich sehr langsamen Teppichtouren ersparen. Und ja, ihr seht, ich bin jetzt schon wieder hier oben. Aber ohne verrückte Versuchsprojekte. Ich unterlasse das jetzt. Ich habe bewiesen, dass es funktioniert und das reicht mir. Ende aus jetzt. Mann, es könnte trotzdem ein bisschen schneller sein. Das wäre fein. Und Mario... ...wird sich nicht langweilen. Denn das sollt nicht sein. Wuhuhu! Aber der scheint sich gar nicht zu langweilen. Der hat ja seine Freude. Oh, what? Oh, wie mache ich das jetzt so? Oh, okay. Ah, so geht's auch. Oh, man, schauen sie mal oben und können die Sterne da hinten mitnehmen. Aber erstmal kommt eine ziemlich kalte Brise hier. Oh, gleich pengt's ganz groß. Oh, die Münze ist ja am Sturzflug gesprungen. Ey, was willst du denn hier aufs Maul machen? Oh, fuck, reingesprungen. Nein, 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 nicht. Oh, Mann, das ist ja nicht. Oh, der Wind geht mir auf den Keks. Komm, schauen. Mann, oh, der Wind nervt. Da jetzt so. Endlich ist Ruhe. Lauf, Mario. Komm schon. Lauf. Lauf. Puh. Oh, hier ist erstmal Ruhe. Oh. Jetzt bleibt er natürlich gerade stehen, wenn ich nicht mehr kontrollieren muss. Ist ja voll für den Arsch, Alter. Egal. Wir haben den 80. Stern eingesackt. Und ja, vor dem ganzen Schneiden habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den Part jetzt drehen muss. Das ist ja jetzt Panne. Aber auf jeden Fall ist ja in der Welt nicht mehr so viel zu tun. Und das werde ich jetzt auch nur auf machen und dann werde ich den Part beenden. Ach, ich entschuldige mich, die nächsten drei Parts, die ich jetzt hochladen werde, den ist, also 17, 18, 19, wären verdammt seltsam. Und sehr viel Schnittmaterial, vereinzeltes, enthalten. Ich hoffe, das stört niemanden. Es ist ja, der noch ein zusammenhängendes Video. Und ja, ich glaube, die Teppich, Wandertouren, ich glaube, die interessieren wirklich, nicht wirklich jemanden. Ich will ja euch ja lange Weile ersparen. Haha, der ist abgestürzt. Aber einmal muss das noch sein. Denn ich habe keinen Bock noch mal zu streiten. Denn sonst wird's verdammt peinlich für uns. Es sieht so aus. Als müsste Mario mal aufs Klo. Und das sieht verdammt repenslich aus. Ich muss aufhören zu singen, das ist eine ganz böse Angewohnheit. Und fange ich dann auch mit der Bahn an. Das wäre erstmal scheiße. Immer weggesprengt. Und schnell wieder auf den Teppich. Er haut uns ab. So, jetzt müssen wir ja die Rechtsabbiegerkante nehmen. Den schieße ich jetzt nicht über den Haufen, weil letztes Mal, als ich den schießen wollte, hat er mich mit dem Trefferrückstoß, ähm, hat er mich runtergeschossen. Und das war ja erstmal scheiße. Meine Fresse, was soll denn jetzt heute hier? Oh, nein. Ich glaube, ich muss doch nochmal schneiden, so wie es aussieht. Schnell. Juhu. Das ist jetzt doof. Kann ich da nicht irgendwie schneller hoch? Nee, warum musst du wieder mit Teppich fahren? Naja, in dem Fall im Weg, in dem Part noch die Welt jetzt zu Ende machen. Mann, ich muss schon wieder mit dem Namen Teppich mitfahren. Ist das nicht voll abgefahren? Nein, eigentlich nicht. Ach, komm schon, Mario. Hast du keine Flügel oder so? Ich meine, das muss ja wie im DS. Gab's doch auch so ein cooles Team. Da könnte man sich mit aufblasern. Hat Mario eine ganz tolle Blähung von bekommen. Das war richtig übel. Ich kann's kaum abwarten, mir den letzten Stern zu wollen, aber... Ich habe Angst, dass ich nur unterfalle, wenn ich jetzt hier wieder übertrieben viel rumspiele. Das ist, wie wir gerade gesehen konnten, schon mal passiert. Zum Glück ist der Teppich wieder da. Das wäre erstmal eine Panne gewesen. Oh, da müsste ich nochmal rin und nochmal aus. Nee, lass mal stecken. Ach, lass mir bloß in Ruhe, du Vogel. Du gehst mir auf den Keks. Ach, so geht's auch. Jetzt ist Ruhe. Warum habe ich das eigentlich gemacht gerade? So geht's doch auch. So, und das weiß ich, wie man's macht. Ah, Trick Nummer 17 mit Selbstüberlustung. Ich glaube, man braucht die beiden gar nicht. Na egal. Das gibt nur Runterfallgefahr. Jetzt muss ich nochmal weiter mit dem Teppich mitfahren. Das ist doch mal für'n Arsch. Gibt's dafür nicht einen höheren Gang. Scheiße, kein Motorradran. Ach, so ein Käse. Komm schon schneller, Mario. Jetzt seht ihr, der tittert schon ganz ungeduldig hier. Oh, nee. Oder jetzt kommt das auch noch? Ach, nö. Ich glaube, jetzt fliegen wir noch eine Außenrunde. Ah, mal wird beim Münzen einsammeln. Sonst fackelt mich das Feuer ab. Das ist ganz scheiße. Ja, wir nehmen die Außentour noch mit. Anstatt hier gleich nach oben zu gehen. Das erscheint mir so, als ob die letzte Welt unbedingt besonders lange erscheinen sollte. Ja, ist sie damit eigentlich auch. Aber ganz witzig finde ich das nicht. Naja. Wie gesagt, ein, zwei Kritikpunkte gibt's ja immer. Ja, und die Teppichtouren sind wirklich ein bisschen langatmig. Der könnte ein müh schneller sein. Der wär's eher so'ne Art Achterbahnfahrt oder so. Aber nein, der muss ja auch mal den Schneckentempo haben. Jaha, genau. Schnell ruf da. Ja, wir sind gleich fertig mit den Nerven. Ah, damit bin ich schon lange fertig. Oh, hier drin ist die Kamera ausgeblockt, Alter. Ist ja mies. Bevor das Feuer mich abfackelt, habe ich gerade mal ein bisschen rumgespielt. Der Teppich steigt auf. Wow. Wie cool. Wir sind gleich fertig mit der Welt. Das finde ich echt super. Und schnell abgesprungen hier. Das Leben ist, nehme ich mir jetzt mit. Als extra Bonus hier. Und der letzte Sterne der Welt. 81 sind unser. Oh ja, übrigens, wir haben jetzt zwei Drittel des Spiels durch. Ist mir gerade mal so aufgefallen. So, Leute, ich glaub. Ich weiß nicht, wie lange jetzt der Part wird, aber. Ich will's ja nicht übertreiben. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß mit dem... Schnittmuster. Und bis dann. Ciao. Viel Spaß.